Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte man das Thema mal bearbeiten, beziehungsweise möchte ich euch mal zeigen, wie ihr mehrere Garmin Geräte verwenden könnt. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie und warum soll ich mehr Garmin Geräte verwenden? Ganz einfach. Ich habe jetzt zum Beispiel in einem Fall die Apex als meine Standarduhr, die ich zum Trainieren nutze. Das ist aber keine Uhr, die ich jetzt vielleicht zum Beispiel nicht zum Anzug anziehen möchte. Oder jetzt als Frau, wenn ich eine Phoenix Uhr habe, möchte ich es vielleicht nicht zum Kleid anziehen. Oder andere solche Fälle, die es gibt, wenn man einfach sagen kann, okay, ich möchte hier eine elegantere Uhr tragen. Wir haben hier zum Beispiel die Vivo Move Trend, die ist jetzt diese Uhr hier. Die eignet sich natürlich ganz gut, um diese im Geschäft zu tragen, auf der Arbeit oder natürlich auch besondere Anlässe, ohne dass man jetzt hier zeigen möchte, dass man hier eine Sportuhr trägt. Oder man nutzt zum Beispiel hier einen Garmin Edge zum Trainieren und trägt dann noch eine Garmin Uhr. Und das ist natürlich die Frage, was ist hier mein Haupttrainingsgerät? Ist es jetzt die Uhr oder ist es der Edge? Weil es ist auch so, die Trainings, die er durchführt, werden auf den Uhren nochmal separat berechnet. Das heißt, der Trainingsload und alles, was damit zu tun hat, wird auf der Uhr nochmal berechnet. Und da kann es auch zu hier und da zur Abweichung kommen. Deswegen definiert man dann auch ganz fest, welches Gerät hier das Haupttrainingsgerät ist. Aber auch das Thema Schrittfrequenz, Herzfrequenz oder auch Etagenzähler oder natürlich dann auch, wie gesagt, das Trainingsload sind Sachen, die dann miteinander synchronisiert werden. Einzig die Garmin Body Battery wird hier noch separat berechnet. Das heißt also auf jeder Uhr individuell. Ja, von was spreche ich dann aber? Ihr könnt, wie gesagt, die Uhren hier verschieden definieren bzw. einstellen. Früher gab es das Physio Through Up. Das ist jetzt geändert worden. Es gab jetzt ein Update. Und wenn ihr jetzt hier oben auf die Uhr geht, da können wir einfach mal draufklicken, da sehen wir jetzt alle Uhren, die aktuell bei mir mit dem Garmin Connect-Konto verbunden sind. Wir sehen, das sind jetzt schon einige. Das ist jetzt nicht der normale Zustand. Und da können wir auch sehen, wir haben zum Beispiel den Edge Explore 2. Das ist jetzt das Gerät. Da kommen wir jetzt auch noch gleich drauf, wieso das relevant ist. Beziehungsweise MiWu Move Trend, das ist das hier. Oder auch die Forna 265 oder die Apex 2. Beziehungsweise das Ganze funktioniert dann auch natürlich mit den Forna Uhren 245, 945. Das sind jetzt zum Beispiel diese Uhren hier, die liegen hier nebendran. Da können wir das Ganze natürlich dann auch nutzen. Ihr habt bei den Uhren dann jetzt hier die Möglichkeit, in eine der Uhren reinzugehen. Wir gehen zum Beispiel in die Forna 265. Und dann sehen wir hier die Uhr in der Übersicht, beziehungsweise bekommen die hier angezeigt. Und dann könnt ihr hier oben auf die drei Punkte gehen. Ich zeige das Ganze jetzt hier auf der iPhone App. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann gibt es hier das neue Feld, das nennt sich Geräte Priorität verwalten. Da gehen wir auch mal drauf. Und dann sehen wir jetzt auch schon, wir haben jetzt hier dann die Möglichkeit, zwei verschiedene Sachen einzustellen. Und zwar gibt es einmal die Primäres Smartwatch und die Primäres Trainingsgerät. Und da sehen wir auch schon im Text, wenn Sie mehrere Geräte verwenden, können Sie festlegen, welches Gerät als primäre Datenquelle für den Alltag und für das Training dienen soll. Das ist in dem Fall die Primäres Smartwatch. Durch das Festlegen der Gerätepriorität stellen Sie sicher, dass die optimierte Hinweise und genaue Daten erhalten. Das heißt also, Garmin braucht auch fürs Schlaftracking die Information, welche Uhr dann getragen wird und welche Uhr dann die Schritte zählt, beziehungsweise dann natürlich auch den Pulsoximeter misst und je nachdem, welche Uhr was messen kann, auch den HRV-Status. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Und hier sehen wir auch schon die Auflistung, wir haben hier die Apex, die Vorne-Uhren, beziehungsweise auch jetzt die Phoenix-Uhren. Das sind jetzt alle Uhren, die so jetzt hinterlegt sind. Dann sehen wir auch hier die VivoMove Trend und die Vivo Active 3 und da gibt es den Hinweis, teilweise kompatibel. Bei teilweise kompatibel bedeutet es einfach, dass die Uhren nicht alles messen. Wir haben dann zum Beispiel der Vivo 255 oder Vivo 265 Daten, wie zum Beispiel den HRV-Status, der jetzt in ein Trainingswidget hineinfließt. Das würde zum Beispiel jetzt mit der Vivo Active 3 nicht gemessen und könnte natürlich dann nicht für das Widget verwendet werden. Was dazu führt, dass ihr natürlich dann hier keine genauen Trainingsdaten bekommt, beziehungsweise das Widget dann hier an dieser Stelle nicht genau arbeiten kann. Und so könnt ihr dann euch für eine Uhr entscheiden. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, die VivoMove Trend ist jetzt meine Uhr, die ich jetzt aktuell trage, zumindest im Alltag. Und darüber möchte ich dann meine Schritte zählen. Dann wählt ihr das hier aus und dann seht ihr die Uhr dann auch immer in der Anzeige oben, wenn wir mal kurz zurückgehen, immer als erste Uhr, das sind wir jetzt hier oben, als ausgewählte Fitnessuhr. Und alle Daten, die die Uhr hier messen kann, werden dann hier synchronisiert. Wie gesagt, die Body Battery wird dann eigens von der Uhr nochmal gemessen, aber der Stresslevel wird hier weitergeführt oder auch die Stockwerke, weil die Uhr kann ja auch Stockwerke zählen, beziehungsweise die Schritte werden dann aussynchronisiert. Es ist auch so, wenn ihr dann mit der Hauptuhr das Ganze gemessen habt, wird das aber auch mit den anderen Uhren dann synchronisiert. Das können wir uns einfach mal anschauen. Ich habe zum Beispiel hier im Alltag aktuell die Vora 265 an. Da können wir jetzt einfach mal reingehen, da sehen wir zum Beispiel 8400 Schritte. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel in die Apex hineingehen, die hatte ich jetzt nicht an, beziehungsweise die lag jetzt im Keller. Diese hat auch dann hier schon die Schritte bekommen. Oder natürlich dann auch den Schlaf. Wenn wir jetzt mal in den Schlaf reingehen, sehen wir hier 5 Stunden 57. Bekommen wir dann auch hier die Schlafdaten hier direkt synchronisiert auf die Uhr, beziehungsweise haben wir dann auf beiden Uhren dann drauf. Das heißt also, wenn ihr dann die Uhr wechseln solltet, könnt ihr hier mit dieser Uhr dann weiterarbeiten, beziehungsweise mit der Apex 2 an dieser Stelle. Auch die Kalorien sind dabei, das heißt also auch die Aktiv- und Passivkalorien werden mitgetrackt, beziehungsweise dann synchronisiert. Es gibt dann noch eine zweite Option, wenn wir nochmal reingehen in die Einstellungen. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier kurz in die Vora 955 zum Beispiel rein, das ist ja dann egal, welche Uhr ihr nehmt. Wir gehen nochmal hier auf Geräteprioritäten verwalten. Hier gibt es dann den zweiten Punkt, primäres Trainingsgerät. Und das sehen wir jetzt schon, wenn wir hier reingehen. Hier fallen zum Beispiel die Vivo Move Trend raus oder auch der Garmin Edge Explorer 2 ist hier nicht dabei. Wir sind aber hier den Edge 1040. Das sind jetzt alle Uhren, die zum Beispiel Trainingsbereitschaftswidget messen oder auch Leistungswidget. Also alles, was mit VO2 Max-Messung zu tun hat oder auch mit Trainings-Apps, die nicht auf den Uhren unterstützt werden, wie zum Beispiel hier jetzt auf der Vivo Move Trend oder auf Vivo Active 3. Das wird hier nicht aufgezeigt. Ihr könnt euch dann wirklich nur für ein Gerät entscheiden, was hier dann wirklich diese Sachen misst. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel primär nur mit dem Rad trainiert und, ja, ich sag mal, in der Freizeit jetzt zum Beispiel nur eine Vivo Move Trend tragt, dann wählt ihr zum Beispiel dann hier den Edge aus. Der berechnet euch dann die Trainingsdaten bzw. dann auch die Widgets. Oder wenn ihr sagt, okay, ich trage hauptsächlich jetzt die 265, dann wird diese ausgewählt. Und das ist die primäre Uhr, die dann auch die Widgets dann berechnet und das hier auf die anderen Uhren dann ausrollt bzw. verteilt. Und auch hier können wir das Ganze nochmal anschauen. Wenn wir nochmal reingehen, dann sehen wir hier zum Beispiel beim Trainingszustand, dass dann auch hier die beiden Uhren den gleichen Trainingszustand anzeigen. Dann sehen wir hier, beides sind unproduktiv. Und wenn wir uns das mal im Detail anschauen, sehen wir auch hier die akute Belastung, also das Trainingsload liegt bei 260. Dann gehen wir hier nochmal rein bei der V-Runner 265, sehen wir auch hier, die akute Belastung ist auch ebenfalls bei 260 und das Ganze läuft dann hier synchron. Oder auch der Belastungsfokus ist dann ebenfalls hier dann, ja, gleich bzw. identisch. Und das Ganze wird dann hier auch synchronisiert. Und auch hier ist es dann so, was die Uhr unterstützt, wird dann auch synchronisiert. Das heißt also, wenn es jetzt Funktionen gibt, die auf der Apex da sind, aber hier nicht auf der V-Runner 265, wird das Ganze natürlich dann nicht auf die Apex 2 synchronisiert, wenn diese jetzt nicht die Hauptuhr ist, weil natürlich dann die Daten hier mit der 265 nicht gemessen werden können. Wir sehen auch hier, das Radfahrvermögen wird gemessen. Und wenn wir jetzt mal rübergehen auf den Edge 1040, da sehen wir auch einmal hier, auch ebenfalls ist hier der Trainingszustand bei unproduktiv. Und unproduktiv ebenfalls auch hier auf optimal 260 bzw. VU2 Max fürs Radfahren, als auch natürlich hier die Watt pro Kilo, wo bzw. man muss sagen, hier wird 2,6 und hier wird 2,67 angegeben. Das heißt also, hier gibt es dann eine kleine Differenz. Und wir sehen auch hier akute Belastung und das Radfahrvermögen wird auch hier ermittelt. Und so synchronisieren sich alle Uhren miteinander. Und es ist wie gesagt immer ganz wichtig, je nachdem, welche Uhr ihr tragt und welche Uhr dann euer Daily Driver ist, dass er die Uhr dann auch zuweist, damit hier Garmin die Daten alle richtig berechnen kann und zuordnen kann. Und so habt ihr auf jeden Fall immer alles auf einem Blick. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Durchblick geben, wo man das Ganze einstellt, wie das Ganze funktioniert, was da die Auswirkungen sind. Wenn euch noch mehr Tutorials rund um Garmin interessieren, bzw. noch mehr rund um Garmin generell, ich verlinke dir oben auch mal die Playlist rund um Garmin. bzw. wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals, das mache ich hier unten. Da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles stattfindet. Natürlich freue ich mich, dich auch wieder hier zu sehen. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.